Also wir haben hier 260 Seilbahnlohren auf der Bahn. Die einfache Strecke von Stollen hier bis zur Kippe entspricht ungefähr 5,5 Kilometer. Das heißt, ein kompletter Umlauf wären dann 11 Kilometer. Und wir fahren pro Schicht 2.200 Tonnen an Kaltenstein ins Berg. Mit jeweils zwei Tischbußen in Richtung Richtung 4.400 Tonnen. Viel Glück! Das ist jetzt wirklich gar nicht. Entspaniere D pencil makerset. promptly gemmich reinpres standalone von der D efforts der Diste in Richtung Sicht. proclaimed der Derteidigung. Dann ist dann hier Glä blame und bleibt stets von der Diste auf diesem Lorte. Vielen Dank. Für die Produktion von Zementen brauchen wir große Mengen an Kalkstein. Dieser wurde früher im Steinbruch Leimen produziert. Der Steinbruch Leimen ist heute ausgeschöpft und mittlerweile Naturschutzgebiet. Heute beziehen wir unseren Rohstoff aus dem Steinbruch in Nussloch. Das Material wird dort gewonnen und dann mit der Materialseilbahn in das Werk Leimen transportiert. Die Materialseilbahn überwindet eine Förderentfernung von ca. 5,4 km. Und hat dabei eine Transportleistung von 330 Tonnen pro Stunde. Das erspart uns und unseren Nachbarn ca. 40.000 Lkw-Fahrten im Jahr. Das ist Fehl. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018